So Leute, der Shop wird sich hier gleich mal wieder aktualisieren. Lasst ein Like da, lasst aber auch gerne ein Abo da, falls ihr neu da seid, würde mich sehr sehr freuen. Noch eine kurze Info, ich bin gleich um 2.20 Uhr mal wieder live auf meinem 2. Kanal, oben rechts auf das i klicken oder in den Kommentaren mal schauen, dort müsste ein angepinnter Kommentar sein, der zu meinem 2. Kanal führt. Mal schauen, was wir jetzt hier reinbekommen werden. Okay, Osterskins bleiben tatsächlich noch, hätte ich auch jetzt nicht anders erwartet. Aber, was haben wir jetzt Neues im Shop? Da bin ich jetzt sehr sehr gespannt, wir gehen mal ganz langsam rüber. Okay, voll ablachen, Zusammenreißer. Taktik Offizieren, ist das was seltenes? Könnte was seltenes sein und, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, vielleicht Neueskin? Kein Neueskin. Schade, 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 schade. Okay, wir haben aber coole Sachen, wir haben coole Sachen im Shop. Was haben wir hier? Okay, das ist nicht cool, gefällt mir gar nicht für 2.000 V-Bucks, mega überteuert. Ja, ist nicht mehr so meins. Passt eine Hacke dazu, auch brutal überteuert und nichts Besonderes. Sieht zwar ganz okay aus hier mit den drehenden Dingern hier, aber, ne. Eine weitere Hacke, okay, warum auch immer. Passt natürlich viel besser, glaube ich, dieses... Na ja, wohl, die Hacke passt deutlich besser dazu. Passender Gleiter dazu. Planeten, Sonde. Ja, ist okay, ist okay. Aber für den Preis würde ich mir das Ganze nicht mehr holen. Dann hätten wir hier diesen Galaxy Skin 2.0. Ich schaue mal kurz nach, ob wir irgendwas seltenes heute im Shop haben. Und zwar, wir haben heute... Ne, ah doch, oh mein Gott. Oh, 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 okay. Wir haben zwei seltene Sachen im Shop. Dazu komme ich aber gleich. So, hier nochmal zum Galaxy Skin 2.0. Heftiger Skin für 1.5, völlig okay. Passt eine Hacke dazu, auch mega brutal. Hat einen heftigen Sound. Ja, eindeutig. Was hätten wir hier noch? Passt eine Lackierung dazu, auch mega krass. Das ganze Set gefällt mir sehr, sehr gut. Dann kommen wir hier zu diesem Skin hier. Die, ne, sagt mir gar nichts. War auch erst vor kurzem da gewesen. Ja, vor ungefähr 30 Tagen erst. Nichts wirklich krass. Ja, Besonderes würde ich da mal an der Stelle behaupten. Nö, nicht wirklich besonders. Ne, 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 ne. Die gibt es auch noch hier in der männlichen Variante, oder? Ne, gibt es, hä? Okay, komisch. Naja, egal. Passt eine Hacke dazu. Auch nichts Besonderes. Lackierung ziemlich langweilig. Das ganze Set gefällt mir irgendwie nicht. Ne, 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 ne. Dann kommen wir hier auch schon zu dem seltenen Skin. Chrom war zuletzt vor 305 Tagen im Shop. Krass. 305 Tage und insgesamt schon 13 Mal da gewesen. Ist aber ein schwitziger Skin, würde ich sagen. Ich sehe den auch fast nicht in der Lobby. So gut wie nie eigentlich. Cool. Zuletzt vor 305 Tagen. Dann kommen wir hier zu einem weiteren seltenen Skin. Die war zuletzt vor 278 Tagen da gewesen. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht für 800. Warum nicht? Season 2 Skin. Seltener Season 2 Skin. Ist mal wieder am Start. Wann waren die eigentlich? Season 4. Okay. Gut. Neuigkeiten. Hä? Seit wann passiert denn das? Äh. Hallo. Seit wann? Seit wann kommt es auf einmal? Voll ablachen. Kann man sich immer holen. Immer chillig. Wenn man einen Gegner gut weggeholt hat. Schöne Sternchen. Schöne Sternchen. Schöne Sternchen. Okay. Schöne Sterne. Was ist jetzt hier animiert? Ah. Okay. Ich sehe das. Seht ihr das ganz, ganz leicht? Ganz leicht. Aber cool. Sieht nice aus. Warum nicht? Tanztherapie? Wart mal. Ist es nicht auch selten? Letzt vor 28 Tagen. Echt? Okay. Coole Musik aber. Und dann hätten wir hier noch Zusammenreißer. Und zu dem Rest vom Shop brauche ich glaube ich nichts mehr sagen. Und dann würde ich sagen, das war es mit einem kurzen Shop Video.